Hallo und willkommen zu wiederholen Aufnahme von Fizibis, Infinity Evolved, Skyblock, Expert Mode. Ja, heute kommt kein Divine Journey, da wie gesagt, Jenny und ich haben uns ein bisschen verpeilt und haben es nicht richtig geschafft aufzunehmen und so weiter und so fort. Dementsprechend kommt der zweite Stadt Divine Journey, eine Folge Infinity Evolved. Aber nichtsdestotrotz, wir können heute mit Glück das ME-System zusammenbauen. 64 Rheedium, was wir brauchen, haben wir schon mal. Wir brauchen noch mehr Scenarium. Das heißt, an sich könnte ich ja einfach das Kabel hier mit dranhängen, oder? Also, so. 4 EU pro Tick nur. Ist ja jetzt überladen, oder? Was ist los? Weil hier sind jetzt 1021. Ich glaube, der ist einfach überladen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder die Zahl ist zu groß. Ich glaube, die Zahl ist einfach nur zu groß. Okay, auf jeden Fall, das lasse ich jetzt mal durchgehen. Das heißt, wir können theoretisch den Zirtus Quads Ranch schon mal bauen. Aber, wir brauchen noch ein bisschen was mehr. Wir brauchen einmal einen Inscriber. Ähm, na, ich hoffe, der ist nicht genervt. Ich weiß das nicht. Äh, den hier. Und der ist genervt, und zwar richtig. Holla, die Waldfee. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Also, ähm, wir brauchen Zirtus Quads Seed. Äh, add, apply, so. Äh, da ist nämlich der Zirtus Quads Seed. Und, ich hoffe, ich kann da... Ah, das heißt, ich muss das erst pulverisieren oder maceraten oder wie auch immer. Macerate geht jetzt aber am schnellsten. So. Äh, dann brauchen wir noch Skystone. Äh, ich hoffe, wir haben schon Skystone Dust. Ja. Dann brauche ich... Na, das war einer zu viel. Vier Stück hiervon. Ich brauche... Ein Bucket. So. Hier läuft das fleißig durch. Ähm, und ein Stone Barrel. Ah, habe ich hier sogar. Gut. Nein. Ich würde dich gerne dazwischen packen. Danke. Denn, wenn ich jetzt mich so mache, und so kriege ich Skystone raus. Und wir brauchen... Vier Stück. Genau. Na. Das müssen wir auch nochmal ziemlich fügig, sage ich jetzt mal, automatisieren. Weil an sich... Ich finde den, äh, Skystone eigentlich ganz geil zum Bauen auch. Vor allem den Gebrannten dann. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, dann wollen wir mal ein kurzes Zeug hier schmelzen, die vier Stück. Äh, da sind Upgrades drin. Wir brauchen dann auch noch ein Overclocker-Upgrade. Ich glaube, das ist auch das erste, was ich da mit einem E-System automatisieren werde. So, das heißt, wir haben das Zeug. Na. Dann nehmen bitte... So, danke. Äh, 64 Sand wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, oder? Ja, weil er das fertig macht. Gut, dann nehme ich die 64 Sand nicht hier raus. Da auch nicht, denn wahrscheinlich ist das Ding hier unten wieder verstopft. Nö. Hä, warum? Komisch. Also an sich kann ich erstmal hier unten jetzt das Kabel abkappen. Weil das geht mir ein bisschen auf den Nerven. Weil, wir brauchen es halt momentan noch nicht. So. Da kann ich nämlich hier oben einmal den ganzen Quatsch einsammeln. Alles weghauen. Das brauche ich nicht. Das Scenarium packe ich hier unten mit rein. Den Quatsch kommt auch hier unten. Der Quatsch kommt auch da unten rein. Und... Ah, 64 Sand. Gut. Dann werde ich es aber anders machen. Und zwar so. Ähm. Nein, die wollte ich nicht. Hier. Äh. Das ist dann into a paddle of water. Okay. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die verdammt lange brauchen werden. Ähm. Die despawnen nicht. Das ist schon mal das Gute da dran. Aber... Wenn ich die jetzt aufsammle... Genau. 0,0. Prozent. Geil. Das heißt, gleich ein paar mehr von gemacht. So. Dann könnte ich eigentlich auch Flux Dust. Wie kriege ich das? Ähm. Ja gut. Nur aus dem Flux Crystal. Ah, hier. Charged Zertus Quats. Netta Quats. Und Redstone Dust. Das heißt, äh... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und... Von hier unten. 1, 2, 3, 4, 5. War das ganz normal oder war das Quats? Dust. Ähm. Hier. Ah. Ist ganz normal das Zeug. Okay. Das heißt, mit Glück haben wir jetzt gleich davon zumindest schon mal ein paar. Also das ist jetzt so diese Basics von Applied Energistics. So. Einen Augenblick warten. Ui, jo. Jetzt droppen sie. Ähm. Äh. So. Okay. Wie auch immer ich einen überbehalten habe. Aber wie man sieht, hier immer noch 0,0%. Das ist schlecht. Also. Dann. Diese Pure Flux Crystal. Das ist Flux Seed. Ein Flux Seed. Haben wir hier. Ist Flux Dust. Das heißt, von dem anderen habe ich auch zwei Stacks gemacht. Ergo werde ich jetzt von denen auch zwei Stacks machen. Ich hoffe, das wird reichen. Ich weiß es nämlich nicht mal. Ja, doch. Das sollte eigentlich für den Anfang reichen. So. Was macht das Scenario? Acht Stück. Jupp. Das läuft vernünftig. Und dann werde ich auch gleich noch den dritten Art von Crystals machen. Und ich muss den Enderium Frame noch machen. Fällt mir gerade ein. Und den dritten, das wäre Nether Quartz Dust. Okay. Das heißt 64 von denen bitte. Die werde ich jetzt auch nochmal schnell pulverisieren. Gut. Dann brauchte ich den Inscriber. Da. Dafür brauchte ich. Das mache ich. Das habe ich. Das habe ich. Dies ist easy. Und den Machine Frame brauche ich noch. Wir brauchen ein Emerald. Bitte. Wir haben keinen mehr. Verdammt. Na los. Komm schon. Ein Emerald. Ein Redstone. Das beides zusammen. Das bitte nicht. Warum ist das Ding jetzt so langsam? Ja doch. Es geht von der Geschwindigkeit her. Nur der Regen nervt ein bisschen. So. Na los. Schlaf schneller. Normalerweise habe ich Jenny dafür. Ist auch gut so glaube ich. Ähm. Dann nochmal wieder mit einem Stack zusammenschmeißen. Und dann sollte ich da was haben. Ähm. Ich weiß nicht wie lange das dauert. Warte mal habe ich den. Ähm. So. Das ist das Junk Loading. Ähm. Manche Sachen wo ich geguckt habe. Meinen. Es dauert. Äh. Einen Tag. Also 24 Echtzeitstunden. Manche sagen ein Minecraft Tag. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es einfach drin. Und hoffe das nächste Mal fertig ist. So. Ähm. Wir waren jetzt hier beim Inscriber. Äh. Das Circuit Board. Haben wir da noch eins von? Nein. Das war einfach das Ding mit Gold und Redstone. Keine Ahnung wie viel ich brauche. So. Ah ok. Eins habe ich sogar noch fertig. Das soll mir jetzt reichen. Dann das. Dann brauche ich noch ein Enderium Gear. Habe ich sogar noch. Äh. Zwei Crushed Obsidian. Und. Ach. Dann Refined Iron Plates. Ähm. Ja. Gut. Ich kann eigentlich hier nochmal wieder ein bisschen was anfordern. Ich hoffe dass es jetzt klappt hier hinten. Ja. Äh. Ich habe übrigens auch glaube ich den Bug rausgefunden. Okay. Das war mein Handy. Ähm. Warum das hier manchmal äh. Verpackt wenn ich crafte. Wenn er in war und gleichzeitig Kohle machen muss. Dann bugt das hier nämlich. Glaube ich. Weil äh. Äh. Refined Steel. Weil wenn er nämlich hier Kohle macht. Wartet er eventuell. Und wenn im gleichen Moment. Statt der Kohle hier ähm. Ferris reinkommen. Dann bugt das glaube ich. Ähm. Das war auf jeden Fall der einzige Grund den ich mir vorstellen könnte. Warum. So. Wir brauchen da. Metalformer. Äh. Neu ein Stück. Gib mir mal deine Upgrades. Und ja. Ich weiß. Du bist zu langsam. Dann. Kompressor. Gib mir mal die anderen Upgrades. So. Jetzt sollte er eigentlich. Genau. Die produzieren können. Das wird jetzt noch einen Augenblick dauern. Ähm. Während das kann ich mal ganz schnell gucken. Wer mir geschrieben hat. Ähm. Ähm. Okay. Gut. So. Äh. Hier. Die 64 Iridium. Das Zeug. Das möchte ich dann gerne mit Jenny nächstes Mal craften. Oder. Ja. Über nächstes Mal. Wie auch immer. Äh. Dann brauchen wir Silikon. Das ist. Sand einfach im Ding rein. Okay. Ne. Ich kann ja eh nur einen gleichzeitig reinpacken. Juppi. Juppi. Äh. Dann werde ich das nämlich auch schon mal machen. Aber das ist nur eine gewisse Chance. Das ist. Äh. Okay. Äh. Ne. Das wollte ich nicht. Ich wollte den. Da im E-Controller. Die Dinger machen wir mehr oder weniger. Das sind die, die wir da gerade reingeschmissen haben. Das haben wir schon. Das könnten wir craften. Da warte ich aber noch drauf. Und die Teile hier müssen wir. Äh. Das heißt wir brauchen noch eine Rolling Machine. Wow. 29 Stück. Gleich so viel. Ich glaube eine davon brauchte ich jetzt für diese Platte. Oder? Also ich brauche ein Quarz. Plus Iron Block. Das war das Ding hier. Dann brauche ich ein Diamant. Plus Eisen Block. Ein Gold. Und hier war Silikon oder? Genau. Äh. Dann brauche ich noch Eisen. Da. So. Eins, zwei, drei. Nein. Das war einer zu viel. Einen davon möchte ich gerne wieder haben. Danke. Und wir brauchen eine Rolling Machine. Ach du Kacke. Okay. Das ist das einzige was mir dazu gerade einfällt. Ähm. So. Mache gleich mal ein paar mehr von. Einfach nach dem Motto. Weil es kann. Das ist auch eines der ersten Sachen die ich automatisieren möchte. Äh. Dann. Brüche einfach mal aus. Ach. Hab sogar alles da. Cool. So. So. Äh. Und wir müssen sie demnächst nochmal wieder aufräumen. Bei der ist nur das Problem. Die verbraucht dauerhaft Strom. Ergo möchte ich die halt ungerne dauerhaft laufen lassen. So. Mach mal hier. Ja. Wow. Item can be made in a Rolling Machine. Cool. Das ist echt mal ein guter Hinweis. Ist ja nicht so, als ob Nadine of Items das anzeigt. Und ich weiß echt nicht wer. Diesen. Dieses Mod Pack ohne Nadine of Items spielt. Das ist unmöglich. Also muss ich halt alle Rezepte auswendig angucken. Gut. Das heißt. Wenn man jetzt guckt. Den ME Controller. Wir können die Dinger nächstes Mal machen. Wenn wir einen Inscriber haben. Der Inscriber braucht dazu noch ein bisschen Kleinkram. Und diese Crystals. Die ich hier hinten mache. Ich guck mal ganz kurz. Vielleicht sind da ja schon ein paar. Wow. Ganze ein Prozent. Ja. Gut. Ähm. Ich würde aber sagen. Bis zum nächsten Mal läuft der ganze Crime hier noch durch. Wenn ihr es geguckt habt. Lasst Kommentarbewertungen da. ETC, ETC. Bis zur nächsten Folge. Tschau, tschau.